Ja hallo, jetzt schauen wir uns unsere erste Würgebefreiung an und zwar der Angriff kommt gerade von vorne. Was ist Ihre erste Reaktion? Schaut es genau hin. Ich gebe meine Schulter rauf und das Kinn runter, geistetze ich natürlich den Fuß nach hinten, damit es Ihnen nicht nach hinten umfallen kann. Als nächstes gebe ich dann da meine Hand rein und ziehe da mit meiner freien Hand, gehe ich da ins Gesicht und mit derselben Hand in einem großen Kreis oben drüber. Somit bin ich wieder frei. Einmal noch. Gut, das war die erste Würgebefreiung.